Das ist ja auch klasse hier, das ist ja auch richtig klasse jetzt was ich gemacht habe, ganz toll, so, ah, und da krieg ich nicht mal volle Sache hier, oh ne, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder, ey, jetzt kann ich warten bis das Ding da oben ist, dann kann ich den Eisböcken wieder schmilzen hier, so, ja, wunderschön, das hab ich wunderschön gemacht, so, jetzt kann ich nicht mehr schmilzen, jetzt komm ich nicht mehr durch, jetzt stößt mich an eine Rübe, Oh, ey, es kann doch nicht sein, jetzt komm ich natürlich da auch nicht hoch, ja, alter, wie hab ich mich denn jetzt, in was verlagere ich mich denn jetzt hier wieder, okay, da ist grünes Zeug, das ist mal so abhängig von dem die Lumpe ist, dabei ist es giftig, wir haben das die ganze Zeit ein, man, das geht ja gar nicht, Ich glaub, da muss ich ein bisschen mehr Geld von meinem Chef hier verlangen, von Osmo, der sitzt schön vor seinem Schreibtisch da und macht einen Arschhuch bei den Leuten, nee, ach, mir ist das ja nicht wieder so klein, ach, ich hab wieder, Moment, Moment, Leute, wir haben's gleich, gleich hab ich das Rätsel gelöst, Achso, ich hab hier noch mal, ach, jetzt abhauen hier, los, ach, das kann doch nicht sein, die blöde Stelle hier, ich hasse sie, Jetzt spring anständig, Junge, ja, und du fliehst, wie ein echtes Stück Wo ist der Ventilator, hier, ja, schön, frische Luft, ah, da geht doch das Let's Plane, oh, jetzt, na gut, ich mach mal wieder raus, ich glaub nicht, dass ihr das so ertragt, dieses Nebengeräusch, so, können wir jetzt kooperieren, Eisblock, können wir jetzt kooperieren, Oh, das kann doch nicht sein, was mach ich denn, sagt mal, dabei hat das Video so schön begonnen, mit den Fischen und so, ja, wie wir sie geplanscht sehen, gesehen haben, ey, schon wieder kein Zeug hier, Mann, nein, Oh, ich hasse die Stelle Oh, das gibt's nicht